Ich suche das beste Essen in der Stadt. Nun, Sie haben es gefunden, die Karte. Nein, nein, Sie entscheiden. Sie sind der Chef, oder? Hallo, Courtney. Hey! Ein Tisch für zwei, bitte. Mittagessen mit Annie? Ah, nein, erst mein heißes Date. Kennen wir uns? Erkennen Sie ihn etwa nicht? Das ist der beste Pitcher, der je aus Wallace kam. Ich schaue kein Baseball. Oh, wirklich? Na dann, willkommen zurück, Jack Turner. Vielen Dank, Courtney Preston. Ich habe alles von meinem Dad gelernt. Ich arbeitete als Zuschauer in einem Lokal in Brooklyn namens Ombrello. Und dann bin ich letzten Sommer zurückgekommen, um mich um Dads Restaurant zu kümmern. Ich bin Konditormeister. Ich hatte gehofft, Sie mit Desserts versorgen zu können, um für mich zu werben, bis ich etwas Eigenes habe. Ich nehme am Only in Idaho Wettbewerb teil. Und Sie werden mir helfen. Wie wäre es, wenn wir das mit demselben Menü machen? Dieselben Rezepte, bessere Zutaten. Wie ist die Arbeit mit ihm? Ziemlich gut. Verbringst du gerne Zeit mit ihm? Ich verbringe gerne Arbeitszeit mit ihm. Fühlst du den Unterschied? Ja. Es wird schön. So geht's. Der Anruf gestern Abend kam von Martin. Ein Angebot als Pitching-Coach in Arizona. Ich möchte dir etwas zeigen. Deine Bäckerei. Ich weiß nicht mal, ob Backen eine gute Idee ist. Es ist ein guter Traum. Ich will meinen eigenen Traum. Und das Restaurant liegt mir im Herzen, aber ich möchte etwas Eigenes. Dieses Restaurant ist genau das, was ich wollte. Ich bin zu Hause, Mom. Wir sind ein Only in Idaho-Finalist. Wussten Sie das? Wir sind sehr stolz. Hey, Sie können das nicht während der Öffnungszeiten tun. Kann ich dir helfen? Solltest du nicht heute deinen neuen Job antreten? Ich musste nur ein wenig Vertrauen in mich haben. In andere. In dich. Ich bin ein wenig Vertrauen in mich. Ich bin ein wenig Vertrauen in mich.